Norbert Hofer hat die FPÖ in einer schwierigen Situation übernommen und mit seinen positiven Charaktereigenschaften die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Zu seinem Geburtstag wollen wir ihm heute Danke sagen. Liebe Freunde, wir sind wieder da und wir sind voll da. Ich habe einen großen Teil meines Lebens dieser Partei gewidmet. Ich habe in meinem Leben fürchterliche Dinge erlebt. Ihr kennt meine Lebensgeschichte. Und für mich war es nach diesem Unfall so wichtig, aus dem Rollstuhl raus nur ja wieder schnell wieder ins Büro zu kommen. Burgenischen Freunde können sich erinnern. Mit zwei Gehkrücken. Nur wieder ins Büro. Nur weitermachen. Für diese tolle Gesinnungsgemeinschaft. Und ich bin bereit, mit euch durch dick und dünn zu gehen. Alles zu tun, um erfolgreich zu sein. Das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Ich bin bereit, mit euch durch dick und dünn zu gehen. Ich bin bereit, mit euch durch diese Liebe mit dem neuen Projekt zu leben. Und ich bin bereit, mit euch durchs Angeboten. Und ich bin bereit, mit euch durch das Überzeugung. Vielen Dank.